Hallo zusammen und heute würden wir ein Nerv-Rand erstellen, hier auf der Runde. Komm wir packen sie aus. Also Freunde, jetzt fangen wir mal an das Paket auszupacken. Als erstes müssen wir den Teser hier abmachen. Und dann noch hier die Sette. So, tut auch ein bisschen weh. So, hier machen wir. Und noch hier. So, hab ausgetackt. Und so sieht es halt von drinnen aus. Die Farbe ist für mich sehr, sehr schön. So, holen wir raus. Die Nerv-Rand werden wir aus Akustikveranleidung machen. Und wie gefällt euch die Farbe? Hallo, jetzt machen wir weiter. Erstmal müssen wir die Platte umdrehen. Und mit, ähm... So, bald ist es soweit. Jetzt hab ich schon die letzte Wand draufgeklebt. Und gleich machen wir schon, ähm... Die Haken. Die Haken. Papa. Papa. Jetzt. Mama. Mama. Papa. und tragen wir jetzt diesen montage kleber auf die platte drauf ich freue mich schon auf die wand so fast fertig und endlich bin ich fertig so wie gefällt es euch jetzt machen wir die nervs dran los geht´s sauber muss ich auch noch machen so jetzt machen wir die befestigungsbänder dran so jetzt erst alles fertig und an den machen wir die nervs dran so leute jetzt bin ich mit der helfe fertig machen wir mal weiter so machen wir den nervs drauf so und hier rein rein fertig so endlich bin ich mit der nervs dran fertig schaut mal sie an so wenn euch dieses video gefallen hat abonniert mich macht likes und kommentare bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal